zweite gabe winterweizen wieder mit dem sensor von isaria wir haben wieder die karte hinterlegt wir haben dem sensor gesagt wir haben wachstumsstadium 30 wir wollen als nächstes in der 49 fahren und er berücksichtigt alles die ertragserwartung die qualitätserwartung die versorgung die nachlieferung die wir ihm gesagt haben weil wir haben ja mit organik sind wir gefahren und aktuell streuen wir deutlich weniger als ich selber gestreut hätte das da sind die kilogramm stickstoff auf dafür die zweite gabe hier wird das direkt an den streuer weitergegeben und da kommt die menge raus